Es war nur eine Frage der Zeit. Pristas Family Guy. Ab 21. Januar wird es neue Folgen regnen. Neu, 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 neu. Und ein Jubiläum. Sie sind hier, die Monster sind hier. Alles in den Schatten stellen. Wir wollen die Simpsons verbannen. 500 Folgen, aber das hier kann ich immer noch. Hau an. Die Simpsons mit neuen Folgen. Ab 21. Januar. ProSieben.